So meine Freunde der Nacht, hier sind wir wieder auf dem Hosencraft Server und ich werde euch mal zeigen, was sich so in der Zwischenzeit bei mir so ein bisschen getan hat. Gehen wir mal zurück ins Spiel und betrachten diesen wunderschönen Sonnenaufgang. Tja, was hat sich geändert? Ich habe das Haus ein bisschen, die Außenwand nach außen gezogen an allen Seiten, links und rechts ein bisschen weiter nach außen gezogen und habe festgestellt, ich tue mich etwas schwer derzeitig mit der Inneneinrichtung, also habe ich um professionelle Hilfe gebeten und habe mal unser Minecraft Innendekorationsteam darum gebeten, bei mir ein bisschen auf Ideensuche zu gehen, mir zu sagen, was sie am Material brauchen und dann vielleicht mein Haus zu innen dekorieren. Kann man das so sagen? Ja, sagen wir es einfach mal. Und was soll ich sagen? Ich war einen Tag später on und habe das hier gefunden. Tada! Mein neues Schlafzimmer. Mit Wolle, Fußbohnen, das Bett dick eingebaut. Eine Truhe mit gefüllt mit Keksen. Wie sagt es für Mai gestern so scherzhafterweise? Ich glaube, dass du fett wirst, wenn du Kekse in deinem Schlafzimmer hast. Ja, ich glaube auch. Glaube ich echt. Ja, die Außenwände oder die Raumetagenwände sind halt überall gleich geblieben. Das habe ich so beibehalten mit der Birke hier oben und unten mit diesem Tropenholz. Ja, oben ist etwas breiter geworden. Die eine Treppe hier ist verschwunden. Hier weiß ich noch nicht, war halt die Markierung für unser Innendekorationsteam. Ich werde es euch gleich auch noch vorstellen. Das Team besteht aktuell aus einer Person. Ich habe derzeit für diesen Bereich noch keine Idee. Vielleicht eine Bibliothek oder einfach nur einen Raum mit Bank. Mal gucken. Das gleiche Problem ist auch auf der Seite. Hier ist so viel Platz oder weniger Platz, weil jetzt hier die Treppe ist, die einzige, die nach oben führt. Hier ist auch nicht mehr so viel Platz. Vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Bänke, ein bisschen Fußböden. Mal machen. Mal gucken, was das Deko-Team sagt. Ja, hier ist das neue Erdgeschoss. Ich habe einfach die Wände mal komplett rausgerissen und neu gemacht. Es geht hier weiterhin zum Lager runter. Hier ist der Eingangsbereich. Hier ist mein neues Wohnzimmer. Geil. Einfach nur geil. Ich war leicht schockiert. Ich lief hier rum mit Kinnlade auf den Tisch knallend, als ich das hier gesehen habe. Zumal man ja auch berücksichtigen muss, dass unser, ich sage immer noch weiterhin Innendeko-Team, ja nicht dasselbe Texture-Pack verwendet wie ich. Glaube ich zumindest. Und dementsprechend, es sieht auch in meinem Texture-Pack einfach nur geil aus. Die Bilder passen, also hier die Flaggen, hier die kleinen Bilder, finde ich schön. Auch nichts doppelt dabei. Meine neue Küche. Sieht auch cool aus, vor allem mit Grill. Das ist ab sofort offiziell für mich mein Grill. Fertig. Ich mag Barbecue und Indoor-Barbecue, wird noch geiler werden. Ein kleiner Vorratsraum, habe auch schon fleißig befüllt. Hier ein paar Pilzsuppen gemacht und ein, zwei bis fünf Melonen. Woher die stammen, zeige ich euch gleich noch. Ja, eine Fleischkiste und Brot. Den Kuchen bekam ich gestern von der Lillifee geschenkt. Dann, ja, das ist quasi die Wohnküche, Küche, mal gucken. Hier kommt irgendwo noch ein Durchbruch hin, muss ich mal schauen, wo ich den genau mache. Weil hier hinter soll das Haus noch weitergehen, wenn es fertig ist. Allerdings brauche ich auch ein Badezimmer. Tadaa, ein Badezimmer. Waschbecken, Badewanne mit fließend kaltem und heißem Wasser. Oder auch als Dusche verwendbar. Eine Toilette mit Spülung und automatisch Deckel runter. Ähm, ja, und das Innendeko-Team ist derzeitig bei mir eingezogen. Das ist das offizielle Gästezimmer. Und wer sich genau hinter diesen Ich bin vorerst bei dir eingezogen Verbürgt Zeige ich euch jetzt. Ähm, dafür muss ich draußen spazieren gehen. Blümchen sind auch gepflanzt worden vom Deko-Team. Ähm, und zwar Gehe ich dafür etwas spazieren, Um den Weg für euch Kürzer zu gestalten, damit ihr das nicht alles betrachten müsst. Wie ich jetzt da rumlatsche. Ähm, sag ich mal Mache ich hier einen kleinen Schnitt Und wir sehen uns gleich dort wieder, wo das Innendeko-Team verewigt wurde. Also bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Oder ihr zumindest. Ich bin ja die ganze Strecke gelaufen. Und ich schalte mal kurz das Menü aus, dass man das nicht sieht. Denn wir sind angekommen an dem Ort, wo, ähm, unsere Server-eigene Innendeko-Ratoren in, äh, ich sage mal, schmeichelhafterweise, göttlicher Übergröße dargestellt wurde. Hallo in Wawine, willkommen bei mir im Video und ein dickes, 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 fettes Dankeschön, dass du bei mir die Innendeko-Ratoren gespielt hast oder auch noch weiterhin spielen möchtest. Wie gesagt, du machst das ja nicht für kostenfrei, du kriegst ja von mir was dafür. Ein paar Sachen hat sie auch schon gekriegt. Und dieses Abbild hat der liebe Areska geschaffen. Ähm, nochmal danke, dass ich es abfilmen durfte. Äh, und ich sag mal, das kommt ihrem Potenzial als Innendeko-Ratoren geradezu fast gleich. Ein bisschen größer noch. So, so ein Stückchen. So, so ein bisschen. So. Vielleicht. Oder so. Mal gucken. Könnt ihr hinhauen. So. Das war's. Ähm, ich wollte euch eigentlich nur diese kleine Figur mit, äh, reinbringen ins Video und fand das mit die beste Stelle. Ähm, bevor mir hier gleich ein Creeper überrascht und hier irgendwas in die Luft jagt, latsche ich mal wieder zurück. Ich erspare euch wieder den Weg. Und wir sehen uns gleich bei mir im Haus, denn da hat sich noch ein, zwei andere Dinge geändert. Also bis gleich. Tschöööö. So. Da sind wir. In meinem neuen, schönen, geilen Wohnzimmer. ich liebe es es ist einfach nur cool was hat sich noch geändert ja hier oben gar nichts hier unten ich habe die treppe jetzt eigentlich mal ein stück habe ich die treppe zurückgezogen gehabt bei den abriss arbeiten dadurch sind hier zwei kisten jeweils mehr geworden also insgesamt eigentlich 4 8 16 kisten auf der ganzen etage das hat sich eigentlich sonst hat sich hier im lager nicht viel geändert sind ein paar diamanten mehr geworden dafür weitaus weniger eisen das ist immer weniger das wird ein bisschen mehr und dabei habe ich auch bloß noch diamant zeugs aber meine pick ex verzauberungen ja ich krieg immer nur efficiency so ein kackdreck so der bahnhof mittlerweile nicht mehr leer mittlerweile hat er schon schienen die nicht nur aus langer weile sondern ich habe eine direkte anbindung an dem bahnhof irgendwo da hinten von sermai den zeige ich euch aber noch nicht weil das möchte der sermai erst mal selbst erledigen verständlich ist ja auch sein bauprojekt soll er auch zuerst zeigen ich halte es jetzt grundsätzlich so auf dem server wenn irgendwer was gebaut hat wie zum beispiel das große in wiener monument dass die dass er das gebaut hat wird frage ich erst nach ob ich zeigen darf wenn ja dann zeige ich es wenn derjenige sagt nee er möchte das irgendwann im laufe von 1 bis 20 tagen in einem video einbauen soll er es tun schließlich sein bauprojekt seine zeit sein video material und danach zeige ich es dann in meinen videos oder wenn ich es dann verwenden möchte darum der bahnhof diese strecke und wie lange diese fahrt dauert erfahrt ihr im video von sermai beziehungsweise meinem nächsten video auch noch mal und dann ja ich sag mal so das war glaube ich sogar die server closed okay bis gleich so wir sind wieder zurück ich glaube der server gerade ein restart gemacht wir sind kurz gekickt worden also eigentlich nicht nur wir sondern ich war nicht mehr allein auf dem server und die zeit war eigentlich schon alles online der wahrscheinlich auch untergeflogen sein wo waren wir gestiegen geblieben okay also genau die strecke wie gesagt sermai wird es in seinem video zeigen ich werde es danach auch noch mal zeigen damit ihr das auch mal seht im tunnel geht die sonne auf ist das nicht herrlich cool so was wollte ich euch eigentlich zeigen neben dem bahnhof das kennt ihr schon die weizenfarm immer noch die kleine version die größere kommt noch wird nach hinten ausgebaut ja wie ihr schon seht ich habe eine netta war zu fahren gebaut eine kleine eine sehr kleine netta war zu fahren ich war im netta unterwegs hab 17 netta warzen mitgebracht ganz viel netherbrick und netherbrick ist das da das ist netherrock oder so hab das ganze so einer netta festung nach empfunden hat überall glowstone hinter gesetzt hinter die fensters dass hier auch licht reinkommt von oben auch netta warzen aufgebaut und wenn die voll aus gewachsen sind sagen wir also insgesamt sind das hier acht mal 18 also zwei mal acht mal 18 macht 16 mal 18 macht 200 ich habe so aufgeschrieben 288 blöcke wo netta warzen wachsen können und wenn man das alles einmal aberntet kommt man irgendwie so auf 866 netta warzen die man hat so viel braucht kein mensch niemals 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 nicht ich kann mir nicht vorstellen dass das irgendwer jemals braucht so viel warum habe ich es trotzdem gebaut weil es geil aussieht fertig ein paar von den netherwarzen werden abgeerntet und landen irgendwann in meinem zauberturm den ich ja noch in planung habe aber derzeit noch auf materialsammlung weil dafür brauche ich einiges an obsidian ansonsten kann sich jeder vom server zu info zu hören hier bedienen alle vom server die das video schauen ihr dürft euch hier bedienen aber einfach bitte wieder an pflanzen und dann ist alles super ansonsten schmeiße ich auch regelmäßig wenn ich den überschuss habe und langeweil hat man wieder abernten möchte alles auf dem marktplatz in meine kiste rennen da könnt ihr euch auch bedienen das hier ist meine melonen farm eigentlich habe ich nicht wieder beim bau festgestellt sie sieht ein bisschen komisch aus weil das sind hier zweier blöcke und hier nur halber ich werde vielleicht auch danach auch da weiter ausbauen und das ganze erweitern um vielleicht dieselbe oder die halbe anzahl an millionen also zwei so millionen kürbisse meine ich natürlich zwei so kürbis blöcke und dass sie noch mal voller melonen block so viel millionen braucht auch keiner ihr habt oben gesehen in der kiste was dabei rauskommt wenn man die einmal alles aber erntet aber so ist mein nahrungsvorrat auf jeden fall gesichert ich habe genug brot ich habe melonen auch wenn die nicht viel bringen weil irgendwie das gefühl wenn man sich bewegt und man hat die hungerleiste mit melonen aufgefüllt verschwindet das wieder schnell also die machen nicht so lange satt wie brot oder fleisch oder so muss man muss ich halt noch mal schauen ob das dann wirklich so ist oder ob das irgendwo steht mal gucken oder wenn ihr es wisst schreibt es in die kommentare dann spare ich mir die suche ja das waren eigentlich die großen umbau maßnahmen oder kleinen umbau maßnahmen die ich aktuell vorgenommen habe mir sagt hier unten ein bisschen der bahnhof der wird demnächst auch noch komplett umgebaut weil das ist ich sag mal freundlich hässlich es ist stock hässlich ich schaffe es nicht von hier loszufahren ich muss mit dem minecart mal bis hier hinten latschen kurz vor der ersten power rail um den gast zu geben ansonsten läuft das hier gar nicht wie gesagt mal gucken vielleicht kopiere ich das von zermai das staatssystem gefällt mir eigentlich optisch wenn es hier rein passt nach unten ist genug platz nach oben ist ja nicht so viel platz und da muss zwei blöcke im prinzip mal schauen ob ich dann glaube ich das dann kopieren darf kann machen werde wie auch immer und denn der bahnhof vielleicht ein bisschen ausgebaut also dass denn diese abzweig hier geplant nicht hier so ist sondern dass hier eine geschlossene wand ist der abzweig hier ist irgendwo ist dass man das gar nicht sieht der abzweigung und die denn hier irgendwo wieder raus kommt weil die treppe ja eigentlich im weg ist aber das war halt direkt an Bindung die zeit wurde auch schon gestoppt ich überlasse euch das raten das video wird glaube ich noch das von vorm sermai hochgeladen also ich würde euch das raten wie lange dauert die fahrt von mir zum sermai zur info sie dauert gar nicht lange und es ist glaube ich die schnellste strecke derzeitig auf dem server also von der fahrzeit her und sie wird es wahrscheinlich auch bleiben je nachdem wie lange die strecke von ihm zum dorf ist okay vielleicht nicht so lang aber von spieler zu spieler ist das die schnellste strecke so wir haben tag was habe ich noch gemacht geben wir schnell raus ja ich habe ein bisschen terraforming betrieben hier angefangen den berg abzureißen der soll ja komplett hier verschwinden der ganze blog ihr seht es schon auf der minimap ich gehe mal genauer hin das ist schon alles weggerissen ich habe wieder bäume angepflanzt irgendwie ist hier wieder ein mammut baum bei rausgekommen der wird natürlich prompt ist wieder eingefriedelt worden und wird ein dem behalte ich baum so der hier nicht der wird sterben ich brauche wieder holz das ganze plateau hallo creeper genau der kann mir mal helfen komm mach sprengen geht so so das ganze plateau wird abgerissen dank der freundlichen unterstützung des creepers hier habe ich auch schon angefangen um das zu markieren weil die monster wie gesagt hier habe ich glaube ich letztes video erwähnt hier oben auf der mauer hoch springen und das mag ich nicht so da bin ich gerade dabei was habe ich noch gemacht hier hinter der mauer war ja diese kleine höhle so eine kleine mini mine die habe ich schon zugebaut bäume drauf gepflanzt habe jetzt gerade das bodenniveau hier ein bisschen angeglichen damit schön aussieht weil jetzt von der dorf innenseite laufe 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 ich will euch das schließlich zeigen hier soll eine schmiede reingebaut werden hier so ins eck ob da ein villager reinkommt weiß ich nicht wenn einer einziehen möchte so das machen sonst nicht und hier kommt der zugang zu dieser unterirdischen mine hin nenne ich den alt gerrys kupfermine und dementsprechend alt gerry schmiede das ist das neues gebäude was sonst noch hier hinkommt muss ich mal schauen ich habe ein paar ideen im kopf mal gucken ob sie das platztechnisch in einer ordentlichen optik realisieren lässt es fehlt mir immer noch die ideen also noch mal an die jungs und mädels vom server was ich hier in diese häuser reinsetzen kann oder schreibt es mir in die kommentare was können wir in den häusern hier machen sollen wir einfach bloß bettisch stuhl schrank fertig oder sollte was besonderes rein in diese zwei großen häuser weil die sind kahl dementsprechend was soll hier rein was kann man hier rein machen was wäre cool müssen halt schauen das war es dann auch schon mit diesem kleinen let's show info video falls ihr euch fragt ob ich mal ein echtes let's play mache also ein video wo ich auch was aktiv im video baue ich weiß es noch nicht wie gesagt ich kann es nicht sagen ich habe es am donnerstag getestet um auch meine stimme ein bisschen zu testen weil die ein bisschen schlapp machte die woche über und ich habe festgestellt ich würde es eigentlich gerne machen der 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 wille ist da der geist ist für dich das fleisch ist schwach weil das fleisch besser sagt der mund nicht weiß was er sagen soll hier habe ich was zu erzählen weil ich zeige euch alles was neu ist was die immer wieder hier bei mir gebaut hat was ich so umgebaut habe am haus was gesagt immer wieder hier innen decorationstechnisch gemacht hat und solche sachen da habe ich gesprächsthemen aber ich weiß partout nicht was ich bei einem let's build let's play minecraft erzählen soll mir fehlen da echte themen und ich vermute mal es wird er in diesem let's show format bleiben vielleicht wenn wir mal wieder sowas wie grüße leiter oder king of the ladder spielen dass wir vielleicht parallel mit zwei drei leuten mal aufnehmen dass wir verschiedene sichtweisen gehabt weil ich habe festgestellt ich habe jetzt die vom vom hose gesehen die videos und beim anschauen es war noch lustiger beim anschauen für mich zumindest als das aktive daran teilnehmen beim spiel weil ich hatte ständig meine sicherheit sich darauf konzentriert den anderen vor der leiter zu schubsen und selbst nicht irgendwie dumm fail runter zu fallen was mir fünf mal oder so passiert ist und dementsprechend kriegt man auch nicht so alles mit also ein teil der der sätze oder sprüche die gemacht wurden sind mir auch entgangen wenn man sich halt konzentriert darauf die anderen vor der leiter zu schubsen und im nachhinein bei dem video war es dann doch wieder lustiger wenn man sich dann wirklich darauf konzentrieren konnte was die anderen gesprochen haben dementsprechend solche sachen oder ich weiß nicht vielleicht baut hier noch irgendwer irgendwas was man zusammen spielen kann solche sachen werde ich vielleicht noch aufnehmen aber wie gesagt ein aktives let's play ist beschlossene sache wird es nicht geben es wird für mich das show format bleiben wie gesagt ein zweimal oder einmal alle zwei wochen vielleicht ist jetzt in einem wochenrhythmus jetzt über ein video rausgekommen ist schön für euch es ist gut dass hier was bei rausgekommen ist dass die immer weniger sich so beeilt hat obwohl es gar nicht sollte es ist cool dass es gemacht hat aber wie gesagt es war eigentlich gedacht dass sie mir erst mal sagt was sie braucht am material dafür ich besorge das material und dann bauen wir es auf sie hat jetzt in der nacht und nebelaktion allein aufgebaut gestern ich glaube es war gestern und voll süß voll geil ich freue mich ich bin ich bin ich würde grinsen wenn mein charakter grinsen könnte aber ich habe ein space marine der hat einen helm auf der kann nicht grinsen da space marine kann nicht grinsen kein mund geht nicht und wie gesagt es wird dann bei den schluss bleiben ich hoffe ihr euch gefallen die videos die zwei die ich bisher gemacht habe ja das letzte war irgendwie verwackelt da noch mal kurze info zu warum war es verwackelt es lag nicht an der aufnahme selbst weil die war nicht verwackelt bevor es bei youtube hochgeladen habe aber youtube sagte plötzlich ihr bild ist instabil sollen wir es stabilisieren anscheinend versteht youtube unter stabilisieren etwas anderes als ich für mich heißt das es sind keine wackler drinnen für youtube heißt das wohl wir machen mal wacklereien also wenn mir das bei diesem video wieder anbietet werde ich sagen nein bitte stabilisier das bild nicht es ist stabil so wie es ist nach dem hochladen was das gekrissel angeht ich weiß nicht wovon es kommt also dieses krisse wenn eine bewegung reinkommt dass es plötzlich so unscharf wird weil das habe ich nach dem rendern das liegt also wenn dann an meiner rendersoftware oder an den einstellungen ich habe bisher noch nichts gefunden um es wegzumachen vielleicht liegt es auch wirklich an der software selbst dass das es nicht kann wenn einer die idee hat von euch bei magix wie man das da einstellen kann dass dieses krisse bei den minecraft videos weg ist sagt es mir schreibt es mir in die comments schickt mir eine pn auf youtube oder bei facebook facebook ist unten verlinkt in den video beschreibungen da könnt ihr mir gerne nachrichten schreiben ihr könnt mich da auch enden bei facebook dann kriegt ihr immer die neuesten meldungen wann ich ein video hochlade ob ich im urlaub bin ob neue projekte geplant sind schon mal vorweg ja es sind welche geplant welche werde ich natürlich vor auf facebook veröffentlichen und nicht hier so einfach rein klatschen ohne euch vorher darüber zu informieren das war es denn von diesem minecraft video von mir bin ich eigentlich immer noch alleine das war es auch wieder so mit diesem schönen mondaufgang möchte ich mich von euch verabschieden ich hoffe das video hat euch gefallen wie gesagt fragen wünsche anträge schreibt es in die kommentare ich versuche so schnell wie möglich zu antworten wenn es euch gefallen hat ihr wisst was ihr tun müsst ich muss es nicht sagen dann tut es wenn es euch nicht gefallen hat wisst ihr auch was ihr tun müsst dann weiß ich was ich verbessern muss also ich wünsche euch noch ein schönes ich sag mal restwochenende ich glaube am sonntag ladle ich es hoch ein schönes restwochenende und noch viel spaß in diesem mittlerweile langsam in den fast schon winter übergehenden oktober wir sehen uns im nächsten minecraft oder sogar in den nächsten dawn of war video also bis denne auf wiedersehen adieu und tschüss bis zum nächsten mal